Es ist soweit. Die neue Contao-Version 5.2 wurde veröffentlicht. In diesem Video sehen wir uns die größten Neuerungen an. Werfen wir zunächst einen Blick auf den Release-Plan. Mit dem Release von Contao 5.2 endet der Support für die vorherige Version. Außerdem kannst du sehen, dass die nächste Version die erste LTS-Version von Contao 5 ist und diese startet dann im Februar 2024. Jetzt wollen wir uns zunächst aber einmal die Neuerung von Contao 5.2 ansehen. Sehr viel Entwicklungszeit ist in die verbesserte Bildbearbeitungsfunktion geflossen. So kann ab sofort Contao die entsprechenden Metadaten aus den Bildern extrahieren. Und wenn ich in der Dateiverwaltung auf den Info-Button klicke, dann siehst du schon, werden mir hier jetzt unterhalb des Bildes die EXIF-Metadaten ausgegeben. Man sieht also jetzt, dass ich dieses Foto mit einem iPhone 11 gemacht habe, zu welchem Datum und alle weiteren Informationen, die eben zu diesem Bild gespeichert wurden. Wenn ich jetzt ein Stockbild habe, werden mir natürlich diese Daten ebenfalls angezeigt und ganz besonders ist auch hier, dass ebenso Daten wie Image Description und der Artist und das Copyright enthalten sind. Gerade bei gekauften Bildern ist das Thema Urheberrecht sehr wichtig. Deswegen kannst du ab sofort in der Bildgrößen-Konfiguration die Metadateneinstellung so festlegen, dass bestimmte Urheberrechts-Metadaten erhalten bleiben. Dazu klickst du die entsprechende Optionen an und hast verschiedene Möglichkeiten, festzulegen, welche Metadatenfelder erhalten werden. Bei den Bildgrößen ist noch eine weitere Option ergänzt worden. So kannst du ab sofort die Bildqualität auch im Backend definieren. Kannst du hier zum Beispiel sagen, dass ab sofort nicht mehr die Standardqualität von Contao eingestellt ist, sondern eben diesen Wert zwischen 0 und 100 festlegen. Das Ganze kannst du natürlich jetzt auch schon über die Config-Yummy steuern, allerdings ist das jetzt ganz bequem auch übers Backend möglich. Zu dem Thema Bildgrößen gibt es eine kleine Usability-Verbesserung. Zwar findest du ab sofort bei dem Feld der Bildgrößen direkt in den Inhaltselementen ein Stiftsymbol und kannst somit die entsprechende Bildgröße direkt mit Klick öffnen und diese dementsprechend bearbeiten. Das heißt, du musst nicht immer den Umweg über das Layout gehen. Das Accordeon-Skript von Contao wurde überarbeitet und es wurde auf Basis von Handorgel.js ein neues Template implementiert. Damit kannst du dann das Accordeon komplett ohne das Framework jQuery laden. Um das neue Accordeon-Template zu nutzen, gehst du einmal ins Layout und aktivierst dementsprechend unter JavaScript-Templates das JS-Accordeon. Solltest du noch das alte Accordeon nutzen, dann musst du natürlich unter jQuery hier das Template für das Accordeon deaktivieren. Das neue Template verwendet angepasstes Markup und andere CSS-Klassen. Das heißt, bei einem Update müsstest du dementsprechend deine Styles auch darauf anpassen. Zusätzlich wurden viele kleine Verbesserungen in der Benutzerführung vorgenommen. So kannst du zum Beispiel jetzt als Benutzer in der Dateiverwaltung auch sehen, wo der Root-Mount-Point des Dateisystems liegt. So siehst du auf der linken Seite Contao 5.1. Das heißt, wir sehen hier nur den Ordner Bilder. Und auf der rechten Seite sehen wir den kompletten Pfad mit Content, Marketing und Bilder. Eine weitere Verbesserung gibt es jetzt auch in der Barrierefreiheit. So werden alle Status-Icons entsprechend mit dem richtigen Label versehen. Das heißt, Screenreader können das jetzt besser lesen. Nehmen wir zum Beispiel die Seitenstruktur und ich habe hier das Augesymbol. Wenn ich etwas länger darauf bleibe, dann sehe ich hier Unveröffentlichen. Klicke ich dann auf das Augesymbol und gehe wieder auf das nicht veröffentlichte Element, dann kommt eben die Aktion Veröffentlichen. Eine weitere Neuerung gibt es auch bei den Schema-Org-Daten. So ist es jetzt so, dass zum Beispiel bei den News und Events jeweils das Primary Image of Page mitgegeben wird, was sich dadurch auswirkt, dass du eben diese Daten jetzt ebenfalls zur Verfügung hast, wenn wir jetzt zum Beispiel nach dem News-Beitrag suchen. Und so erscheint hier jetzt auch beim News-Beitrag ganz automatisch dieses Bild in der Suche. Dann gibt es noch zwei Themen, die eher für die Entwickler interessant ist. Und zwar wurde das komplette Insert-Tag-System überarbeitet, so dass dieses eben jetzt ein wesentlich besseres Caching aufweist. Außerdem gibt es nun die Möglichkeit, dass Insert-Tags, die aus dem Core kommen, überschrieben werden können. Zum Schluss möchte ich dir noch eine coole Funktion für die Twig-Templates vorstellen. So kannst du zum Beispiel Inhaltselemente wie dieses Textelement oder eine Navigation direkt im Template generieren. Wie das jetzt aussieht, möchte ich dir natürlich auch kurz zeigen. Und zwar kannst du mit dem Block Content-Element ein bestimmtes Content-Element rendern, ohne dass dieses eben in der Datenbank vorhanden ist. Genauso kannst du zum Beispiel dann ein Frontend-Modul wie eben jetzt diese Navigation rendern lassen, ohne dass du ein entsprechendes Modul in den Frontend-Modulen anlegen musst. Wie immer gab es noch weitere zahlreiche Optimierungen im Code, die du ganz detailliert dann im Change-Log von Contao nachlesen kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. !